Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege mit Dalu, Manus, Axel und Freezy. Hi Leute. Uhu. Hallo. Hellas. Hellas zusammen. Eine gute Wahl. Werden wir den da nehmen. Hm. Ja. Ah ja. Ist schwierig. Der Kleine ist flexibler, der Große. Ist nicht so flexibel. Naja. Kommt sehr viel C4 auf Einziger. Bist du der Echte? Ich hab ein Chat aus. Die Frage ist eher, was ist ein Chat aus? Das hat aus irgendeinem Grund übernommen. Aussteiger und König, aber das hat er immer. Fahr runter für sich. Unten ist glaube ich nichts. Du fährst runter? Unten ist nichts, dann fahren wir hoch. Ja, unten ist nichts. Das ist ja Frachtkorn. Ja, hier hab ich schon einen. Hoppels. Wunder. Wir haben einen Recruit. Dann haben sie Pult. Also, ja. Jäger, Kapkan. Revision. Das ist nicht schön. Keiner auf Krat zu sein, oder? Der Recruit rührt sich nicht. Das ist ein Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters. Unten ist einer, Frachtraum. Hab ich gespottet. Das ist live. Ach, nochmal. Spoil nochmal. Warte. Live. Jetzt. Nein, stimmt. Hinter der Wand. Jetzt hat er C4 an die Wand geworfen. Der will C4 dort die Tüte werfen. Jetzt hat er C4 geworfen. Siegkontakt mit Feind. Er hat geschossen. Renn da nicht rein. Renn da nicht rein. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Lade nach. Das war der. Ja. Wer hat geschossen? Ich hab nur das Stachel da weg. Äh, den Pack von Draht. Ich schieße. Recruit war noch auf K. Wow, blöd. Wächst mit das Magazin. Hm, war doch einer, alles klar. Ich kann hier aufmachen. Ich lade nach. Mach mal auf. Kann ich hier aufmachen, Dalu? Ach, kann ich gar nicht. Bin gar nicht hier. Die haben wir jetzt schon gut. Sicher mal hier oben, das. Direkt da war eine. Wie ist die? Wo, wo, wo? Ich hab keine Ahnung. Direkt neben mir an der Wand. Der hat dann ein Loch reingemacht. Wie ist die denn da? Ich hab ihn, ich bin tot. Äh, ich hab ihn, er ist tot. Mh, ein bisschen drüber noch. Oh, lol. Oh, fuck it. Rook ist draußen. Rook ist draußen. An der Hintertür. Er pullt, Entschuldigung, pullt. Da liegt erst mal Feuer. Wow. Prost, genau die Prost. Dem, 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 dem. Hätte er eh nicht durchlaufen können. Ich hab da den Firewalk gemacht. Piu, 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 piu. Ja. So geht das. So geht das. Heelstil und dann auch noch freuen. Ey, wer hat dich aufgehoben? Wer hat dich... Ja, wer hat mich auch niedergeschossen? Was? Ja. Da hast du da sogar... Du hast da sogar noch ein Ups gedroppt. Ja. Lava nicht. Ich hab dich nicht... Nein, nein, nein. Das kannst du... Nee. Das hängst du mal schön jemand anders an. Warum hat er doch gerade uns erzählt? Ja. Ist schon okay. Wir merken uns das. Barricade the room. Hier sind einfach die Barrikaden so wenigstens. Ja, auf der Großbahn brauchst du gar nichts zu machen. Wenn schon, dann habbala... Keiner? Ja. Ist noch irgendwo einer. Okay. Noch einer. Nein, ich frese sie nicht. Entschuldigung, was? Nee. Mach mal halt ohne. Jetzt nehmen wir keine Ahnung. Mach mal hier noch. Gefahrgutbehälter auf jeden Preis. Wollen wir noch eine Wand? Mh... Na das hier vielleicht noch, aber dann warst du das auch schon, weil die große brauchst dann nicht schon zur Verschwendung. Eww. Hammer. Ich kann euch nur sagen, dass sie nicht unseren Spawn hatten. Mehrweise nicht. Komm wieder rein, ja? Ey. Lass mich raten. Sniper? Ich hab keinen Dunst. Alles klar. Ich bleib hier hocken, ja? Ja, ja. Aber du schießt ja gar nicht, okay? Ich bin zu fett. Oh, lol. Of course. Ey. Ich bin zu fett. Warum, Hannus? Warum? Was? Was? Du weißt doch, dass da draußen ein Sniper unterwegs ist. Ja, der hat mich auch von draußen erschossen. Aber der war da was noch auf der anderen Seite, verstehe ich nicht. Auf der anderen Seite ist, kann man, ist doch eigentlich nichts. Also sind keine Fenster durch die er durchschießen kann. Ja, stimmt. Der hat mich zweimal von mir... Da hinten eben, ist eben was aufgegangen. Das ist ein Mute. Ach, Friesey. Was, nur deine Störsander ist gerückt. Wo? Da ist einer. Au, au. Hier, bei mir. Den Raum rechts drinne. Schaust du da hin, Friesey? Ich... ... und über euch. Schaust du? Für ein Mähler. Hallo, ich glaube, du musst unterstützen, sonst haben wir... Ja, über uns. Äh, hieß es, aber hier ist nix. Was war's? Wer ist da? Rechts von dir kommt, ja. Ja. Nein. Was? Der Sniper. Hatte mich durch die Wand. Ein Gegner verbleibt. Ich kann dich nicht aufheben, da. Komm, mal gucken, ob ich zu dir krabbeln kann. Wo ist der Letzter? Der Sniper von draußen. Ich weiß nicht, sind voll aus dem Raum. Ach so, ne, der Verblütest, ja. Keine Ahnung, wie hoch ich... Da ist nur ein Luca. Musst du schön. Hat Beine trainiert. Oh, oh, oh. Aufhör mal nicht. Schleppboden hatte, hab ich gesehen. War der wieder gut. Na gut, der muss erstmal rein. Na, da, äh, wenn er den anderen Weg geht, hören wir das, weil er durch den Raum rennen muss. Bei dir, der kommt? Ich glaube ich schon da, der ist rechts. Ich glaube, der chillt. Der ist rechts bei Kun dran. Hey, der hat eine Drohne. Der hat mich gesehen. Ja. Ist drin. Schön. Mit der eine da an der Wand gelehnt hat Kun dran. Das sah gut aus. Ja. Wie gesagt, sobald er den Raum betritt, kriegen wir die Meldung. Ja. Eigentlich ganz einfach. Schluss, man nimmt mal alles ganz einfach. Weißt das? Hm? Ach, hier hat den Chat alle aus, ne? Was hat er denn geschrieben? Weiß ich nicht. Große, äh, große Klammer, minus, kleine Klammer und dann, äh, sieben. Sam, zwei, Stimmen. Sag mal, deine Einladung nach Hogwarts. Oh, wo wir waren. Das heißt, du sollst die rote Pelle nehmen, Neo. Äh, ich will Hogwarts in Termine. Oh, ne, der sieht mich. Schön. Kapkan hat auch mal eine geknallt gekriegt. Noch eine. Hat's wer. Noch fünf Sekunden. Da, du, liegt da gut. Äh, wo waren die jetzt wieder, dann? Jo. Weg. Selbes Ding, Freezy, oder was? Selbes Ding. Nur diesmal geh ich mit der Drohne rein. Mach mal. Einer geht nach links weg zu der Tür, sagst du? Ist wie der Kapkan da dran. Okay. Hm. Ey, ich will mich doch mal hinlegen. Warte, ich guck erst da eben unten, Treppe. Warte, warte. Also ich hab nicht gesehen, ob er ganz bis zur Tür gelaufen ist. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, da bin ich jetzt gerade ja mit der Drohne. Unten vor Ort, warum ist sauber? Geh mal eher von davon aus, der ist oben. Der hat mich vor uns, der hat mich vor uns eh noch überrannt. Hier oben rein. Warte noch, ich hab oben noch nicht gecheckt. Ja, ja, der Puls ist oben im Cockpit. Okay. Cockpit. Ja, da soll halt keiner bleiben. Ja, kannst weiter, Marius. Bitte, oben ist einer hier, oben links. Ja, ja, ja. Könnte sein, aber pff. Ja, ist einer. Ja. Oh, leu, ich hab noch drauf. Ich war noch drauf, volles Rohr. Ach, scheiße, Störsender. Ja, Pfeil hochschießen sollen. Beide gewesen. Ja, manchmal denkt man dann aber nicht. Dann auch der Rauchpfeil hätt's ja schon getan. Ja. Okay, also Puls hat's schon mal gefressen. Das Schild haben sie übrigens auch genervt, Alu. Von Bern. Äh, das hat jetzt anstatt 800 Hitpoints nur noch, äh, 150. Aber der ist noch mal zwei Schilde. Äh, war der jetzt irgendwo, war das Puls? Ne, halt, war's nicht. Okay, Puls ist noch im Cockpit. Heißt, oben. Nicht in dem Präsidentending, ne? Ne, ne, der ist noch oben im, im, im Cockpit. Ich bin noch mal da rum. Auf jeden Fall permanent. Boah. Jupp, danke. Zweimal. Hä, was ist denn das? In die Claimor löst, die löse ich nicht aus, oder? Oder, Moment, wer hat denn jetzt in den Claimor? Wir, ne? Ja, ja. Und ich löse die nicht aus. Keine Ahnung. Ja, ja, Frenzy. Feier, meines Erachtens noch. Wir sind da draußen, Töd. Ich. Mein Schild ist gleich da unten, Manu. Vielleicht kannst du das schon austauschen, ne, ne? Mein Schild geht nicht da bei den Blobs. Das ist in dem nicht von mir. Komm her, komm her, komm her. Aber auch nicht mehr viel Zeit. Eine Minute haben wir noch. Dankeschön. Okay. Aber dir müssen wir schon Gas geben jetzt. Naja, müsst ihr ja grad wandert abmachen. Ja, ich geh mal bei der anderen Seite rein. Links ist einer da, du. Oh, shit, 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 ist da unten. Schön. Die war fürs Geil von der. Der war oben im Ding. Was ist denn das für ein Kupfen? Guter. Ja, nein. Der ist genau reingerangen. Guck mal, wie geil ich meinen Nades waste, um dann es wegzumachen. Nice. Ja, Leute. Ein makelloser Sieg, den wir hier haben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. 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 Vielen Dank.